Es ist ein großes Missverständnis, dass streitende Paare eine schlechte Partnerschaft haben. Viel alarmierender ist es, wenn Paare nicht streiten. Streiten ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal für Partnerschaft. Die Frage ist nur, wie streite ich? Und dafür kennt die Münchner Psychologin Christine LeCoutre zwei ganz praktische Tipps. Nie länger als 20 Minuten und nicht abends nach neun. Nie nach neun, okay, da ist man müde und neigt zur emotionalen Selbstverteidigung, aber nie länger als 20 Minuten? Wenn ich länger als 20 Minuten streite, geht mir das Streitthema verloren. Ich fange dann an, alle alten Verletzungen aus der Partnerschaft auf den Tisch zu legen und es geht nicht mehr nur noch um die Ordnung in der Küche oder um unsere Erwartungen fürs Wochenende. Nicht nur der Alltag, auch der Sex passiert auf Dauer nicht von selbst, sagt die evangelische Paarberaterin. Wie viel brauche ich, wie viel brauchst du, in welcher Form brauchen wir das? Und das passiert nicht von allein. Aber wenn es passiert, dann stabilisiert der Sex die Beziehung weit über den Orgasmus hinaus. Bei Berührungen von Haut zu Haut wird ein besonderes Hormon ausgeschüttet, das die Bindung aktiviert. Das gibt mir eine Sicherheit in der Partnerschaft und wir gehen dann zusammen durch dick und dünn. Und das kann man tatsächlich unterstützen durch körperlichen Kontakt. Und Mann und Frau kann noch viel mehr tun für das Glück zu Hause. Ehrlichkeit, Kritik, aber bitte nicht zu viel. Es gibt Untersuchungen darüber, was denn glückliche Paare anders machen. Und das frappierendste Ergebnis ist, dass es fünf positive Interaktionen braucht, damit ich eine negative aushalten kann. Positive Interaktion, das übersetze ich mal mit Lob, schnell mal den Müll runter und den Einkauf hochtragen helfen. Eine Liebesbotschaft im Anorak des Partners verstecken. Oder die Kaffeetasse am Morgen. Ich könnte sie mir selber kochen, aber vielleicht schmeckt sie viel besser, wenn mein Partner sie mir auf den Frühstückstisch stellt. Kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft, eine Rose, versüßtes Leben. Der Valentinstag bietet ja auch eine Möglichkeit. Und da kann man natürlich die Haltung haben, der wurde erfunden und wir machen da nicht mit. Aber wenn mir was an der Partnerschaft liegt, ist es wichtig, auch kleine Aufmerksamkeiten zu geben. Praktische Tipps, kein Voodoo, aber man muss es auch tun. Am besten heute damit anfangen und dann langsam steigern. Also wenn ich das schaffe, meine Bindung zu halten über körperlichen Kontakt, fünf positive Dinge, kein Streiten nach neun, gute Lösungen finden, dann können wir glücklich sein bis ans Ende unserer Tage.